Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Montag, den 25. Juni. Heute eine besondere Folge, denn es ist die 400. Geek Talk Daily. Ja, vielen Dank an meinen Mit-Podcaster Martin und natürlich auch an den Jan, der ja im ersten Jahr beim Geek Talk Daily dabei war. Ja, und zusätzlich diese Woche haben wir einen Sponsor und der Geek Talk Daily wird unterstützt von der Marketing-Experte, die Lernkarten-App von den Entwicklern Apps with Love. Und der Fokus dieser App liegt auf den fünf Lernfeldern Digital Marketing, General Marketing, Marketing-Fachleute, Verkaufsfachleute und technische Kaufleute. Wenn euch das vielleicht interessiert, schaut mal rein. Wir bedanken uns auf jeden Fall für die Unterstützung. Jetzt fangen wir mal an mit der Woche und heute haben wir dabei Google Assistant, Apple, Facebook, Uber und Snapchat. Beginnen tun wir mit Google bzw. dem Google Assistant. Da hatte ja Google auf der I.O. bereits verkündet, dass demnächst der Google Home und seine Verwandten eine durchgängige Unterhaltung führen können. Sprich, man triggert nicht nur eine Frage mit OK Google, sondern das Google Home beispielsweise wartet dann noch und hört zu, ob noch eine weitere Frage kommt, also eine kombinierte Frage. Wie gesagt, die Funktion heißt durchgängige Unterhaltung und wurde für amerikanische Benutzer am 21. Juni freigeschaltet, also vor ein paar Tagen. Wie immer erstmal Amerika und dann kommen die anderen Länder, aber es gibt mittlerweile einen Hinweis, dass Deutschland vielleicht gar nicht mal so lange warten muss, denn in der App für den Google Assistant kann man die Funktion bereits aktivieren. Dort steht aber auch, dass sie noch nicht zur Verfügung steht. Also ein bisschen komisch, allerdings, ja, also wenn die da schon drin ist, dann wird es nicht mehr so lange dauern. Deswegen schaut mal rein, wenn ihr das Gerät benutzt oder auch die App und vielleicht ist es ja schon bei der Sendung oder morgen früh freigeschaltet. Nächstes Thema, Apple. Die haben jetzt anerkannt, dass sie Probleme mit ihrer Tastatur haben, zumindest bei den neueren MacBooks und MacBook Pros. Sprich, zurückgehend bis zum MacBook Retina 12 Int von Anfang 2015 bis hin zu dem MacBook Pros 13 und 15 Zoll in 2017, die halt entsprechend zum Beispiel auch die Touch Bar hatten. Da hat Apple jetzt einfach anerkannt, es gibt Probleme mit der Tastatur. Manche Tasten sprechen nicht richtig an oder mehrere Buchstaben werden, also ein Buchstabe wird mehrmals gleichzeitig getippt und dementsprechend kann man es reparieren lassen. Und dafür guckt ihr am besten bei Apple mal direkt vorbei auf der entsprechenden Support Seite und guckt, ob ihr mit eurem Gerät da drunter fällt und was ihr dann gegebenenfalls tun müsst, wenn ihr das Problem habt. Ich persönlich habe das Problem nicht. Ich hatte ganz am Anfang mal mehrere Zeichen hintereinander, aber konnte das mit einer Einstellung einfach auch beheben. Von daher toi 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 für mich jedenfalls. Ja, was nicht so toi 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 lief für ein paar Entwickler ist ein neuer Leak bei Facebook. Tja, Facebook gab es wieder mal Probleme. Und zwar hat Facebook E-Mails rausgeschickt mit Daten, die eigentlich an Entwickler gehen sollten. Und die E-Mails gingen eben nicht an die Entwickler, sondern an die Tester der jeweiligen App von den Entwicklern. Und darin waren halt Analytics Daten, die eigentlich dem Entwickler ja auch helfen sollten, die App zu entwickeln, aber die auf jeden Fall nicht an den Tester raus sollten in den meisten Fällen. Und das ist durch Zufall rausgekommen. Und ja, da sind wohl einiges an Daten rausgegangen. Und Facebook hat nur nicht bekannt gegeben, wie viele Apps bzw. Entwickler davon betroffen waren, hat aber den Fehler anerkannt. Und ja, ich schaue mal da drauf, ob wir da noch mehr von erfahren in den nächsten Tagen und ob das größere Kreise zieht. Ja, was auf jeden Fall schon große Kreise gezogen hat, ist der Unfall, den Uber hatte im März mit einem selbstfahrenden Auto, wo ja eine Fußgängerin umgefahren wurde und auch getötet wurde in Arizona. Keine schöne Sache. Und in dem Auto saß damals auch eine Sicherheitsfahrerin. Also ich habe das mal jetzt einfach mal so übersetzt. Auf jeden Fall eine Frau, die halt mitgefahren ist und eigentlich aufpassen sollte, dass das Uber auch korrekt fährt. Wie gesagt, ein selbstfahrendes Uber und natürlich dann halt auch eingreift in Situationen, wo es denn nötig ist. Und da kam jetzt raus, nachdem die Daten ausgewählt wurden von ihrem Telefon, dass sie anscheinend Fernsehen geguckt hat. Sprich, sie hat Hulu geschaut. Das ist ein amerikanischer Streaming-Dienst. Und dort die Sendung The Voice während der 43-minütigen Fahrt und das 204 Mal. Das bedeutet, am Ende des Tages war sie auf der Straße für, also nicht auf der Straße, sondern auf der Fahrt für die gute Dame oder wen auch immer sie da gefahren hat, 31 Prozent der Zeit mit ihrem Telefon, dem Stream beschäftigt. Tja, das bedeutet nun, sie hat eindeutig große Mitschuld, denn sie hätte eingreifen können und konnte es nicht tun. Und ja, das geht dann in die nächste Runde. Und ich bin gespannt, was da rauskommt. In Amerika ist es ja mit Strafen vor Gericht auch nicht so einfach wie hier teilweise. Da kann auf die gute Frau schon einiges zukommen. Ja, und ein ganz anderes Thema zum Ende des Tages, die Snapchat Spectacles. Da kann man ja mittlerweile auch schon die Version 2 in Deutschland bestellen. Die hat aber jetzt noch ein Update bekommen. Und zwar, dass man Videos und Bilder in anderen Formaten exportieren kann. Bislang waren das ja immer die runden Videos, die man dann halt auch in Snapchat drehen konnte. Und nun soll es auch entsprechend quadratische oder auch Breitbildvideos geben, die man exportieren kann. Und dafür wird es dementsprechend Updates geben in der Android und iOS App. Aber nicht für alle gleichzeitig, sondern nacheinander, wie es neuerdings modern ist. Von daher, wenn ihr ne Spectacles habt, dann schaut doch mal rein in eure Einstellungen, ob ihr da auch neu exportieren könnt. Ansonsten werdet ihr das wohl in den nächsten Wochen freigeschaltet bekommen. Ja, und das war es auch für heute für den Start in die Woche. Ich wünsche euch jedenfalls einen guten Arbeitsstag, einen guten Schultag. Und ich hoffe, wir hören uns morgen dann wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.